Einbrechen? Ich habe eine riesige Hütte. Schau mal, wie gross sie ist. Dort hinten ist noch mal ein Turm. Ich sollte mal was essen. Oh, sie ist schon mit Metall gebaut. Können wir uns hier oben bauen? Oh nein, wir haben kein Holz. Ah, warte. Oh nein, der hat die Gitter davor gemacht. Die Sau. Sieht so aus. Da ist noch das Holz, oder? Nein, das ist... Yes, es geht. What? Eine riesen Burg. Da kannst du sie nicht... Sie haben gebaut. Da kannst du sie echt nicht reinbauen. Aber bei dem hier oben kommst du vielleicht rein. Ah nein, das ist nicht gut. Etwas bauen und dann rein springen ist nicht gut, weil du kommst schon raus und kannst die Türe nicht aufmachen. Das ist aber ein geiles Gebäude. Das ist riesig. Ich brauche unbedingt 10-4. Oha, Tobi! Wo? Wo? Ich spiele drei wieder durch den Buster und dann... Oha, gerade zwei. Ich nehme den zweiten. Ah fuck, verfehlt. Verfehlt. Ah gut. Ammo habe ich gefunden. Ich habe die Gunpowder. Ich denke, es ist wirklich die Hilfe da ist, wenn wir jetzt wirklich Zombies würden. Killen. Ist in diesem Hütchen was? Ah, da ist ja offen. Schade. Wo sind die Zombies gekommen? Von wo sind die Zombies gekommen? Ich habe den Wildschein nachher gesehen. Dort durch den Busstuhl. Da sind die plötzlich einfach nicht gestanden. So. Ah, da bist du. Ich glaube, wir gehen mal wieder zurück zur Strasse, oder? Hm, noch zu den meisten Zombies. Ah, da ist auch noch ein Hütchen versteckt. Ah, alle offen. Ah, warte. Ist da was drin? Nein. Ah, Blood Rocket. Ja, da können wir noch eins nehmen. Erst eins. Und was haben wir da drin? Animal Fett. Können wir auch noch mitnehmen. Jawoll. Ah, Zombie. Wo bist du? Und... Ah. Large Wood Storage Blueprint. Sehr gut. Geil. Wie kann ich jetzt diese lernen? Einfach... Rechtsklick und dann Study. You can now craft Large Wood Storage. Juhu. Das können wir brauchen. Ich könnte auch mit Holz füllen. Das ist das Treuer, oder? Die Treuer. Genau. Ja. Der Stein... Hast du mitgenommen, den Stein? Bist du schon zur Strasse runter? Ich bin schon auf der Strasse. Ja. So, jetzt... hier ist ein bisschen mehr. Das sind doch auf der anderen Seite sehr viele Zombies gesehen. Das ist auf der anderen Seite, dann müssen wir wieder in die andere Richtung der Strasse runter. Das ist die Radioaktivität wieder höher. Ah, dort vorne sehe ich einen Zombie. Wo? Hier vorne, im Busch, über dem Hügel. Ah, daneben. Ja, ich habe ihn. Hast du einen? Sehr geil. Wow, 2x16 Gunpowder. Oh, ich sehe einen schwarzen Zombie. Wo? Hier vorne. Oh ja. Wollen wir einen Wagen? Ich würde jetzt nicht. Wir haben jetzt schon viel Sachen gesammelt. Okay. Du hättest gerade viel Radioaktivität. Ich glaube, wir sollten ein bisschen zurück. Ich glaube, ab 500 nimmt es Schaden. Aber ich bin nicht sicher. Ich will es nicht herausfinden. Ich habe schon 260. 250. Nein, 250. Ah, jetzt geht es langsam zurück. Steine brauchen wir vor allem noch. Ja, Steine sind das wichtigste. Ah, du hast gerade nochmal ein Holzschied. Ich komme, trifft es. Ah, da oben bist du. Hinter dir bin ich. Ah. Hast du gemeint, hinter mir ein Zombie? Wo wollen wir durch? Ja, er sieht es mir da. Aber hier oben gibt es noch ein paar Steine. Ja, ich habe die Zombies. Ich habe nach hinten einen Zombie gesehen. Ich sammle mal noch Holz hier. Ja, da. Der ist noch Zombie. Es kommt auch alle. Wo? Ah. Hinter von deinem Zombie. Nur einer. Der, der trifft von weitem. Nein. Ah. Daneben. Du hast ihn nicht getroffen. Ja. Jawoll. Wo ist er? Ah, da. Und... Uh. Kevlar Pants BP. Oh. Wir brauchen noch mehr Zombies. Was ist das da vorne? Was ist Kevlar Pants? Also jedenfalls seine Hose. Kevlar Hose, ja. Haltest du mehr Schaden aus? Ist das... Das sind wir da vorne gesehen, oder? Ja. Da sind wir gesehen. Wo sind die blöden Zombies? Sehst du noch Zombies da oben? Ah. Nein, ich habe gesehen. Es ist nicht so. Ein Hütchen. Ein Hütchen. Da vorne. Ah, ja. Aber Zombies können jetzt weit und breit gehen. Musst du mir das Hütchen anschauen? Ja, ja. Da ist offen etwas drin. Kann man mit dem Shotgun draus schiessen. Da ist nichts drin. Nur eine Feuerstellung. Ah. Ja, wenn es offen ist, ist es meistens schon... ...gradet worden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück und dann auch die Strasse drauf. Als vorher die Radioaktivität war, weil es noch recht viele Zombies gab. Ja, voll. Wenn wir zurückgehen, können wir doch auch durch den Wald, wo es noch recht viele Zombies hat. Also da vorne die Strasse drauf, gell? Meinst du? Ja, genau. Und die Bären vorbei. Ah, die Bären. Die machen doch nichts. Es kommt hier zu knistern. Kannst du noch etwas essen? Ich kann schon mal sagen. Ah, er sieht es. Ich sehe schon ein paar Zolle. Ah, ja. Ich sehe noch zwei Hütchen. Die sind sicher leer. Oh, ich höre einen! Nein, er verfehlt! A can of beans! Auf kurze Distanz. Ich bin ultra schlecht. Ich habe nur plötzlich... ...stöhnen gehört hinter mir. Ja egal. Keine Ahnung, woher es da ist. Jetzt halten wir uns der Zombies dort. Strossenzombie. Oh, sieh Gott. Ah, wir haben eine Auswahl. Weitschuss. Jawoll. Du bist auch mega gut geworden. Oh, ultra schlecht. Ah, am Kopf vorbei. Nein. Du musst aufpassen, es kommen immer mehr Zombies. Oh, oh, oh. Sehr. Ah, vier. Ja. Ich habe einen Helm gefunden. Der Radioaktive. Ein Helm. Ah, Watuane ist schon Zombie, ja. Oh, schön drüber geschossen. Can of Beans und Can of Tuna und Can of Tuna und Can of Tuna. Ah, jetzt ist der Mission mit Darfo. Ah, ich habe noch ein wenig Platz. Nein. Aber der Radioaktive wird immer größer da oben. Ich bin schon gleich auf 300. Jawohl. Ja, 300 überschritten. Nein. Ui. Zack. Oh. Hol ihn dir. So, was haben wir? Vier Kleider. Oh, da oben ist ein schwarzes Auto. Was? Ah. Nein. Ich blut. Hine, Hine, Hine. Hast du einen? Ja. Metal Stairs habe ich drin. Und eine Metal Door. Aber die kann ich nicht auflesen. Okay. Die kann ich sonst noch nicht. Es sind sogar zwei Metal Doors. Uh. Also ich würde sagen, da oben ist ein schwarzes Zombie. Ich glaube, wir würden einen geschehen lassen. Den machen wir kaputt. Mein Inventar ist voll. Ja, mein auch fast. Jetzt sagen wir, wir laufen langsam zurück. Ja. Wir müssten uns fast... Wir könnten uns auch einen Aussenposten bauen. Ja. Wir haben ja jetzt gerade Metal Doors. Ja, und Holz habe ich auch genug dabei. Ich würde sagen, wir bauen da oben in den Bergen oder so. Oder hier vielleicht. Hier auf dem Zombie Hill. Irgendwo versteckt. Kann ich es gerade hier reinbauen? Ja, hier ist es zwar nicht mehr versteckt. Äh. Komm hier unten, ist es doch gut gesehen. Was ist... Hier hinten ist noch ein paar Haufen Steine mit Bäumen. Ja. Ähm. Wo bist du? Da. Links, ja rechts. Rechte Seite? Ah, ich bin auf der linken Seite. Da hinten. Da hinten? Ja. Ja, da so ein... Oh, Putsch. Ja. Ich bin auch mal... Vielleicht kommen wir da irgendwie hinten dran. Ich weiss nicht. Ich brauche mal einen Wood Shelter. Ja. Mal, da kann man schön hinten dran. Ja. Hur cool. Ja. Man kann da sogar auf einen Stein rauf. Ja. Jetzt bin ich gerade oben dran. Ja. Du musst rauf schauen. Hinter dir oben. Ja. Hat es doch noch einen Platz, wo man es heute anstellen kann? Äh, ja. So. Gut, dann komme ich hier gerade rum. Ich kann nur nicht schnell laufen. Wo bist du? Ah, da bist du. Ah. Ja, weil wir es gerade hier haben. Ja. Wir müssen es einfach selber noch wieder finden. Ja, das finden wir schon. Ich glaube... Von hier aus sehe ich gerade das Hütchen. In der Hütte eines Spielers. Zack. Wir müssen es einfach wieder abgespliessen. Wie? Wir müssen es einfach wieder abs... äh, abgespliessen. Ja. Passwort. Ha!